Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute mal wieder mit einer kreativen Foto-Idee. Und zwar einer, die ihr ziemlich einfach und mit wenig Aufwand zu Hause selber nachmachen könnt. Es geht nämlich um dieses Foto hier. Es entführt uns ein wenig in die Welt von Star Wars. Ein Raumschiff fliegt durch einen sehr, sehr engen Steinkanyon direkt auf und zu. Das Foto vermittelt natürlich hohe Geschwindigkeit. Wahrscheinlich ist er auf der Flucht vor einem Verfolger. Tja, wie fotografiert man solch ein Foto? Und zwar ganz ohne computergenerierte Hintergründe. Im Grunde ziemlich einfach, wenn man weiß, wie das Belichtungsdreieck funktioniert. Wie mein Setaufbau war, was ihr braucht und wie ihr vor allem euer Foto dann final bearbeitet. All das, ihr Lieben, erfahrt ihr wie immer in diesem Video. Die heutige Foto-Idee entführt uns also in die Welt von Star Wars. Aber wie bei allen anderen Foto-Ideen soll das natürlich nicht auf Star Wars festgenagelt sein, sondern es geht um die Techniken, um die verwendeten Materialien. Und vielleicht habt ihr ja eine ganz eigene Idee, wie ihr das Ganze zum Beispiel umsetzt, ohne etwas von Star Wars zu verwenden. Wie habe ich meinen Setaufbau gemacht? Wie habe ich es hinbekommen, dass ich den Eindruck vermittelt, dass sich tatsächlich ein Raumschiff durch einen Steinkanyon mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit bewegt? Und das Ganze auch noch fotografisch festgehalten? Natürlich habe ich kein Raumschiff. Ich habe auch keinen echten Canyon, sondern ich wusste mir anders zu behelfen. Was brauche ich also als allererstes für meinen Steinkanyon? Das ist ganz einfach. Und zwar ist das im Grunde Packpapier. In meinem Fall war es entsprechendes Malerkrepp. Das gibt es auf der Rolle. Das ist ein Meter breit. Das ist ziemlich lang. Ich hatte noch was übrig vom letzten Streichen hier im Studio. Und genau das habe ich genutzt. Wenn ihr jetzt keine Malerkrepprolle zur Verfügung habt, dann könnt ihr zum Beispiel mal bei euch ins Kaufhaus um die Ecke. Dort hat man meist Packtische. Da sind so auf der Rolle Papier drauf. Fragt man nicht an der Info, ob ihr vielleicht so mal zwei, drei Meter abzwacken könnt. Ja, vielleicht gebt ihr ein bisschen was für die Kaffeekasse und schon habt ihr dann auch entsprechendes Papier. Und dieses Packpapier habe ich in meinem Fall ausgerollt und dann, ja, sei es drum, zusammengeknüllt. Denn genau das ist der Effekt. Dieses braune Papier zusammengeknüllt und dann vorsichtig. Und da müsst ihr wirklich vorsichtig sein, dass es nicht zerreißt. Wieder auseinander gefaltet ist in der Struktur, doch der Struktur von Stein sehr, sehr ähnlich. Und gerade auch, wenn ihr mit Licht und Schatten spielt, ihr seht es hier mit meiner Hand, da bekommst du dort mega Effekte. Das heißt, die Basis des ganzen Fotos ist im Grunde Packpapier. Dann brauchen wir natürlich einen, ja, Hauptakteur. In meinem Fall, ja, das Raumschiff. Das kann bei euch natürlich was anderes sein. Seid mal kreativ, lasst euch was einfallen. Ich bin natürlich gespannt auf eure Ideen. Und ich habe verwendet Packpapier. Packpapier, in dem Fall, meins ist aus Papier selber. Die Klebkraft ist nicht ganz so hoch, dafür ist es wesentlich umweltfreundlicher. Wer bei mir schon mal im Shop bestellt hat, wird wissen, meine Pakete gibt es nur mit diesem umweltfreundlichen Papierpapier. Warum? Ganz einfach, Klebekraft nicht so hoch, denn ich habe tatsächlich das Packband an meine Kamera geklebt. Warum? Das zeige ich euch gleich. Ja, und das war es im Grunde auch schon mit Setaufbau. Ich habe in meinem Video, zeige ich euch später, einen Kameraslider verwendet. Der ist auch ganz wichtig. Wenn du keinen hast, ist es aber gar nicht schlimm, denn im Grunde kommt es lediglich auf die konstante, gleichmäßige Bewegung in eine Richtung an. Das heißt, wir brauchen eine Bewegung, die nur in eine Richtung geht. Die darf nicht nach links, nicht nach rechts verwackeln. Sie muss konstant in eine Richtung gehen. Und wer zum Beispiel keinen eigenen Kameraslider hat, der hat vielleicht bei den Kindern, bei den Enkeln, schon mal ein Lego-Auto gesehen. Und zwar so eins zum Beispiel. Und wisst ihr was? Das eignet sich super als Slider-Ersatz, wenn du einen sehr, sehr glatten Untergrund hast. Denn da kannst du zum Beispiel deine Kamera mit Objektiv drauf platzieren. Und dann kannst du in einer geraden Vorwärtsbewegung, ihr seht's ja, da hast du nicht links, nicht rechts, sondern einfach eine gerade Bewegung kannst du deine Kamera bewegen. Und die Kamera zu bewegen ist im Grunde, ja, das Nonplusultra für dieses Foto, denn ohne geht's leider nicht. Also, wir schauen uns mal meinen Z-Aufbau an. Ich hab das Ganze, durch die Temperatur uns noch zugelassen, haben Outdoor gemacht. Das heißt, bei mir auf der Terrasse hab ich einfach mal meine Terrassenstühle genommen und habe dann entsprechend mir einen Tunnel gebaut. Und zwar, ja, unseren Canyon. Einen Tunnel, in dem ich einfach mein Packband in der ganzen Reihe entsprechend geformt habe als U. Und es gibt tatsächlich Megastrukturen. Dann wird meine Klebeband entsprechend oben auf der Sitzfläche der Stühle fixiert und fertig war mein Canyon, ganz genau. Outdoor im Übrigen, weil ihr einen sehr schönen Lichteffekt habt. Ihr habt natürliches Licht, wenn es natürlich regnet. Wenn ihr die Fotoidee gerne drinnen machen möchtet, dann müsst ihr mal ein bisschen gucken, ja, wie ist so euer Deckenlicht? Wie strahlt das? Am besten ist es, wenn es ein bisschen seitlich reinstrahlt in euren Canyon, den ihr dann zu Hause habt. Da habt ihr nämlich den besten Lichteffekt, auch gerade so mit Schatten, wenn ihr damit spielt. Ihr seht's hier, das sieht natürlich realistisch aus. Auch gerade wenn dann das Objekt, was ihr fotografiert, einen entsprechenden, ja, kriegen wir einen Schatten hin, ja, auch einen Schatten wirft. Ja, ich blende euch hier mein finales Foto nochmal ein. Das sieht man ziemlich auch sehr schön auf der linken Seite auf dem Bild, wirft das Raumschiff nochmal einen Schatten auf die Steine. Und das ist ein natürlicher Schatten, da müssen wir nichts nacharbeiten. Der kommt einfach nur durch Licht, was natürlich vorhanden war. Also, als allererstes den Canyon. Dann bin ich mit dem Smartphone mal so durchgegangen, ja, so eine Kamerafahrt quasi. Wie sieht das Ganze aus? Wie wirkt das? Und danach ging's an den Setaufbau. Wie ich's euch gerade gesagt hab, ich hab einen Slider verwendet, weil ich hab einen da. Ich hab einen motorisierten da, aber man kann es auch manuell machen. Das geht mit einem manuellen Kameraslider. Die gibt's schon für ziemlich wenig Geld zu kaufen. Oder die günstigste Alternative, guckt mal, wo ihr hier so ein Lego-Spielzeug herkriegt zum Beispiel. Oder irgendeine andere Basis, die sich bewegen lässt, auf Rollen. Die darf nicht seitlich rollen, sie muss tatsächlich dann starr nach vorn und hinten rollen. Ja, und dann war der Rest im Grunde ziemlich einfach. Ich hab zusätzlich etwas benötigt, um natürlich mein Raumschiff auf Abstand zu halten. Und zwar auf Abstand zur Kamera. Und auch das ist ganz wichtig, dass sich Kamera mit entsprechend dem Raumschiff nicht irgendwie gegeneinander verschieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn das ist das A und O, wie sich im Grunde alles um das Raumschiff herum bewegt. Hier, biggit, biggit, buh. Sondern, kein Zauberstab, sondern dass das Raumschiff dann auch wirklich bei euch scharf ist auf dem Foto. Und nur der Rest drumherum, der Canyon, das Papier, sich entsprechend bewegt. Und ihr dadurch diesen Geschwindigkeitseindruck bekommt. Ja, wie hab ich das Ganze festgemacht? Ein bisschen Knetmasse. Auch aus dem Kinderzimmer meiner Kinder gemopst. Ein bisschen Knetmasse. Und dann hier vorne drauf positioniert. Hat super gehalten. Die Kamera hinten und dann, auf dem Video seht ihr hier, mit dem Paketklebeband dann einfach mal um mein Objektiv gewickelt, damit ich natürlich eine starre Ausrichtung des Ganzen bekomme. Fokussiert habe ich dann manuell. Ganz, ganz wichtig, gerade wenn ihr so eine Fahrt habt, dass zwischendurch bei der Belichtung dann nicht irgendwie der Fokus irgendwo anders hinspringt. Also manuell fokussieren. Kommen wir jetzt eigentlich zu den Kameraeinstellungen. Blende 8 hat sich als eine gute Blendeneinstellung bei mir herausgestellt. Und vor allem müsst ihr länger belichten. Das heißt, zweieinhalb, drei, vier, vielleicht auch fünf Sekunden. Ich habe unterschiedliche Belichtungen gemacht. Bei mir hatte ich das beste Ergebnis. Das hängt ja auch immer ein bisschen was vom Gesamteindruck zusammen. Wie groß ist das Objekt, was ihr fotografiert? Bei mir zweieinhalb Sekunden und eine Blende 8. Allerdings habe ich, um auf diese zweieinhalb Sekunden am Tag zu kommen, einen ND-Filter verwendet. Einen ND64. Solltet ihr das Ganze indoor machen, kann es natürlich sein, dass ihr weniger Licht habt. Das heißt, da reicht es vielleicht sogar aus, dass ihr die Blende noch weiter schließt. Vielleicht eine Blende 14, eine Blende 16. Und ihr dann auf vielleicht sogar zwei Sekunden Belichtungszeit kommt. Und dann ein Vorauslöser. Ganz, ganz wichtig. Oder natürlich kabelgebunden, damit ihr möglich keinerlei Erschüttungen an eurer Konstruktion habt. Ja, also da darf nichts verwackeln. Ja, und dann am allerbesten in der Bewegung. Selbst hiermit geht es. Könnt euch was Schönes aus Lego basteln. Ja, Kindheitstage kommen zurück. Dann in der Bewegung. Meine Auslösung starten. Ich habe zwei Sekunden Vorauslöser genommen und habe dann, während sich das Ganze schon auf mich zubewegt, dann belichtet. Dann bekommt ihr das beste Ergebnis. Also nicht erst belichten und dann anfangen zu ziehen, sondern das muss sich schon bewegen. Das heißt, Vorauslöser zwei Sekunden oder vielleicht Funkfernbedienung. Das ist hier tatsächlich eine gute Wahl. Und im besten Fall habt ihr dann solch ein Foto. Ja, wer gut hingeguckt hat, sagt jetzt, nee, so ein Foto habe ich noch gar nicht. Stimmt, habt ihr noch nicht? Denn, wir haben hier noch so einen Stab drin. Der Stab, der natürlich aus Holz sein kann, muss nur stabil sein, dass er nicht gewackelt. Den müsst ihr tatsächlich rausretuschieren. Ich in meinem Fall nutze Photoshop. Das ist ziemlich einfach. Ich kann mir das Ganze maskieren. Er rechnet es automatisch raus. Es gibt viele, auch kostengünstige und auch komplett kostenlose Programme, mit denen ihr Bildbearbeitung durchführen könnt. Da habt ihr Stempelmöglichkeiten. Das heißt, ihr nehmt einfach etwas drumherum und stempelt das dann über diesen Stab rüber. Der muss raus. Das sieht ja sonst auch jeder dann, dass es nicht so richtig fotografiert ist, oder? Das heißt, das ist wichtig, dass ihr das nochmal nachbearbeitet. Aber ansonsten war es das. Am besten, wenn ihr das Ganze so ausrichtet, dass ihr vielleicht einen blauen Himmel habt oder ein bisschen Wolkenstruktur. Und dann habt ihr einen wirklich guten Effekt, der dabei rauskommt. Natürlich habe ich mein RAW-Foto ein bisschen noch bearbeitet. Das ist klar. Im Grunde ist das Foto aber schon sehr gut, so wie es out of cam kommt. Ich wollte aber so ein bisschen mehr noch diesen Steineffekt rausgearbeitet haben. Das heißt, ich habe Folgendes gemacht. Meine RAW-Datei nochmal in Lightroom gepackt. Das geht natürlich auch jeder andere RAW-Entwickler. Und dann habe ich mir eine Maske gelegt. Und zwar eine Maske über das Raumschiff. Die habe ich dann umgekehrt, sodass mein Raumschiff quasi nicht bearbeitet wird, sondern nur der Hintergrund. Und habe dann einfach nur so ein bisschen mit Struktur und Dunst gearbeitet. Das heißt, es kommt ein bisschen mehr so die ganze Struktur des Papiers raus. Der Schatten wird nochmal ein bisschen kräftiger und es wirkt einfach mehr wie ein Stein. Das war ja der Effekt, den ich dabei bekommen wollte. Und das war es letztlich im Grunde an Bildbearbeitung. Mehr ist nicht drin. Ihr müsst irgendwie gucken, dass ihr das hier rausbekommt. Hier euren Zauberstab aus dem Foto. Aber mehr braucht ihr nicht. Mehr braucht ihr nicht für dieses Foto. Im Grunde ziemlich, ziemlich simpel. Wir brauchen keine computergenerierten Hintergründe, sondern wir können tatsächlich, wenn wir natürlich unsere Kamera nutzen und auch eine Langzeitbelichtung nutzen, den Effekt von Geschwindigkeit ganz geschickt erzeugen. Obwohl wir im Grunde sehr, sehr langsam unterwegs waren und keine hohe Geschwindigkeit selbst hatten. Ja, ihr Lieben, kreative Fotoidee. Ich bin gespannt. Vielleicht habt ihr eine eigene Idee, was man zum Beispiel anstatt des Raumschiffs verwenden könnte. Ja, schreibt sie mir unten gerne in die Videokommentare. Und vielleicht habt ihr schon mal sowas ähnliches gemacht. Auch das schreibt nicht nur mir, sondern auch den anderen Zuschauern gerne als kleine Anregung unten in die Videokommentare. Und wenn euch das Video, die kleine Idee, die Umsetzung meiner Star-Wars-Welt hier gefallen hat, lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle gerne völlig kostenlos meinen Kanal. Glocke aktivieren, dann bekommt auch ihr immer eine Nachricht, wenn es ein neues, tolles Video gibt. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum Ende des Videos. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum Ende des Videos. Bis zum Ende des Videos. Vielen Dank.